Was ist denn letzte Woche passiert? Was passiert ist... Ja, die Sitzung letzte Woche war was mit Mr. Karp. Mit wem haben Sie gesprochen? Von Ihrer Sorte. Brauchen wir hier noch mehr. Was? Was war denn jetzt mit Mr. Karp? Herr Piel, es ist gut, dass der Wind so manches verweht. Einer weniger. Ein falscher Mann weniger ist kein Tragen. Die Fähigkeit, aus einem Vakuum etwas herausholen, das ist Macht. Andere mitnehmen, das ist Einfluss. Wir sind dankbar für all deine Segnung. Regen ist was Gutes. Er erinnert uns an dich und an alles, womit du uns versorgst. Bete, dass wir ein gutes Beispiel sein können. Dieses bürgerliche Organ trägt als oberste Priorität das liebevolle und strenge Management des Big Cherry Festivals. Bin ich sicher, ob man das so sagt. Gibt es sonst noch Fragen oder Kommentare zum Entwurf? Ist das Ulysses S. Grant oder... Sargent, Otto Krim kam auf den Hofgeräte. Er stieg von Pferd ab, ging auf Mr. und Mrs. Farmer zu. In den ausgestreckten Armen hielt er ihre kleine Tochter Debbie. Er überreichte ihnen ihr Kind und sagte, Hier ist eure Zukunft. Als er ihnen das Kind gegeben hatte, brach er zusammen. Und Big Cherry war gelettet.